Autorennen. Naja, und dieses Modell muss natürlich wirklich von allen gewollt sein. Und da habe ich jetzt bei diesem Grudamm-Projekt das Riesenglück gehabt, dass die Redaktion, also Heike Hempel und Bastian Wagner, der jüngere Redakteur, da absolut von Anfang an so mitgegangen sind und es auch nach außen hin so kommuniziert haben. Ich saß wirklich auf der Set-Termin-Pressekonferenz, das ist ja nicht, also Presse-Set-Termin nennt sich das ja, also so ein Monat Dreh, und dachte, ich höre nicht richtig, wie Heike Hempel geht nach vorne und sagt so, und das Zentrum, die Seele dieses Films, dieses Zweiteil, das ist Annette Hess. Hier ist es wirklich ein Ausnahmebeispiel für eine ganz andere Arbeit herangehensweise, und dann haben Heike Hempel und Nico von Beide gesagt, dass sie dieses Modell stärken und weiterführen wollen. Und mit anderen Autoren und so, weil alle gemerkt haben, das macht total Sinn. Die ganze Folge gibt es ab dem 18. März auf autorenrennen.de und auf fortsetzung.tv oder abonniert den Autorennen-Podcast zum Beispiel via iTunes. Was zum Ohrensausen.